Musik Jo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder auf TobiTV und willkommen zu einem weiteren Video. Ich gehe jetzt ein bisschen E-Dark trainieren, davor gehe ich nochmal ganz ganz kurz in Penny und werde mir dann Tüte Chips holen und beim E-Dark trainieren, ja, mal gucken, was ich da an Aufnahmen machen kann. Auf jeden Fall werde ich ja einen kleinen Timelapse machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier vor Penny wieder, Leute. Musik Jo, Leute, bin jetzt beim Penny angekommen, wie gesagt, hol mir da nur kurz eine Tüte Chips und dann geht's direkt weiter zum Pub, wo ich immer am Darts spielen bin. Und wir, boah, wenn, wie ihr schon gesehen habt, bin ich ja mit dem Longboard gerade unterwegs. Ich mache im Penny nur eine kurze Timelapse und dann sehen wir uns gleich im Pub wieder, Leute. Wird auf jeden Fall nice. So, hab mir jetzt einfach nur so Käse-Dudis geholt, auf jeden Fall nice. Rucksack aufkriegen mit der Kamera in der Hand, das ist auch mal so eine Sache, oder? Oh, Mann, schön, dass ich da rein am Entzug kriegen ist natürlich auch nicht leicht, ne? Oh, so, und jetzt ab zum Pub, Leute. Jetzt wird gedartet. Uns immer, ist heute auch mega kalt raus. Voll abfuckt, kannst nicht wieder wärmer werden, verdammt nochmal. Naja, macht mal nix dran. Bis gleich, Leute. Hey, Smet. Komm, dann schon. Ja, ich bin gerade beim Darts training, habt ihr ja gerade die Timemaps gesehen und ja, ich mache nur einen kleinen Timemaps und dann geht es auch schwer nach Hause. Reicht für heute. Wir sehen uns dann draußen wieder. So, Leute, Training beendet für heute. Ich meine, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ich zeige euch noch ein bisschen was vom Weg und dann sehen wir uns gleich bei mir zu Hause wieder. Und ja, auf jeden Fall, morgen ist das Spiel. Mal gucken, ob ich davon was filmen kann. Ich denke aber mal schon, wenn nicht, blende ich einfach ein paar Bilder vom Spiel ein, weil da werde ich auch ein paar Bilder machen. Aber gucken wir einfach mal, ne? Ich weiß es noch nicht. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause mit meinem Longboard. Die LED-Rollen sind ja drauf. Und dann gehe ich auch irgendwann schlafen, weil das Video schneide ich morgen früh. Beziehungsweise, ja, dann, wenn ihr es seht, so zwei Stunden davor ungefähr. Erstmal im PC-Raum. Die Pizza ist im Ofen und hier ist total dunkel. Man, Licht, Licht an, Licht an, Licht an. So, machen wir hier im kleinen PC-Raum noch Licht an und dann auch natürlich den PC an. Warum reimt sich das da jetzt? Reimmaschine, yeah. Hey. So, Rechner an und da würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr bis zu dem Moment hingeguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Dart in die Kommentare rein. Dann weiß ich, dass ihr bis hierhin geguckt habt und auf jeden Fall mega, mega nice. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV und tschüss.